willkommen ihr lieben zu einer lieben folge neuen folge let's play clash of friends mit mir dem torsten und ich mache natürlich immer heute oder besonders heute mache ich natürlich so ein bisschen böse mine die gute mine zum bösen spiel so heißt es ja und ihr habt im bildchen ja schon gesehen oder auch im titel feld des monats also das war jetzt noch nicht hier der feld des monats aber der einsatz des zeppelins hier hat auch schon hat auch schon so ein bisschen was legendäres finde ich denn ich weiß nicht was den kronos hier geritten hat in kronos ich meine ich habe ihn noch nie anders angreifen sehen seit monaten aber so noch nicht alter da kann man da kann man den zeppelin aber denke ich mal so ein bisschen anders ein bisschen geschickter einsetzen als ihn jetzt am rand losfliegen zu lassen und dann lasse ich mal so ein paar loons hier droppen also es hat mich heute sowieso gekräuselt hier bei einigen angriffen ich meine ich habe auch ich habe ich habe dem feld des monats hingelegt gar keine frage aber es hat mich wirklich bei einigen habe ich gedacht man 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 es spielt das erste mal clash of clans aus eieieieiei und bei einigen habe ich auch gedacht alter spielt ja kein clash of clans meine herren ich meine das waren jetzt ermogelte 50 prozent hier sind sind wir ehrlich mehr ist das hier nicht gewesen aber was willst du machen der clankrieg war auch voll auf augenhöhe muss ich sagen und er wäre sogar gewonnen gewesen hätten wir nicht so extrem dippen müssen ja das ist es ich muss sagen es ging mir heute wirklich hier ich hatte sonnenfahrrad reifen hier an meinem hals oder ein autoreifen war es eigentlich schon und ich konnte es mal wieder nicht glauben ich weiß nicht was manche hier geritten hat ich weiß aber ich weiß aber jetzt gab es schon oft genug gesagt warum dieser clan geschlossen bleibt vor allem in den streams und nach dem motto tuto kann ich bei dir rein ich will mal bei dir rein kann ich mal mitspielen ja und dann spielen die mit ja dann spielen die einfach nicht mit dann hocken die hier monate wochen oder 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 gar 12 cks noch nicht mal ein ich glaube 12 haben noch nie mal einzig überlebt ich weiß gar nicht warum ich damit schleppe ich glaube wir bleiben hier 30 leute die hier spielen ende stamm geschlossen punkt es ist manchmal ist es echt besser so ich meine 67 68 ist jetzt nicht weit weg keine frage wir haben noch richtig fett gibt hier haben sogar am ende prozentual vorne gelegen das habe mich besonders beeindruckt aber wir mussten hier ein nach dem anderen dippen und der gegner hat das ganz gut gemacht ich meine ich war jetzt mit dem mit dem tote glaube ich hier auf unserer seite so ein bisschen hatten wir glaube ich ja wir hatten hier ein 1 8 damit danach kam der chef koch dann und der hier hat sechs mal gedäfft ich meine dem musste dann zehn an niederringen hier und grauenhaft ich grauenhaft sonst war es eigentlich ganz gut aus bis oben hin aber ich kann euch eigentlich ich kann keine richtige attacke zeigen hier denn die meisten sachen hier ab weiß ich gar nicht ab hier so das waren alles liebs nicht ganz ich glaube der home button hat noch nicht gedippt hier gucken wir mal doch auch der home button hat schon gedippt alte falter 10 auf 11 ich meine ist jetzt nicht ein selbstverständliches dass man immer drei sterne holt nur weil man eine rata stufe runter geht die bases hier vom gegner waren nicht schlecht muss ich sagen und auch ich habe mich da zwar jetzt nicht so abgekrampft aber ich habe dreckige sechs sterne geholt auf ratoszena wie gesagt ich das zeige ich gar nicht viel lieber wäre es mir gewesen wenn wir hier auf augenhöhe die neuner machen neuner zehn er machen zehn er elfer machen erstmal elfer und unser einer zwölfer macht erstmal ein zwölfer und dann elfer mehr geht nicht das wäre mir viel lieber gewesen aber hier haben mal wieder so viele nicht angegriffen oder ganz spät angegriffen ganz spät ich komme hier rein ins spiel ich meine ich habe selber gesehen ich bin so bei vier stunden oder sowas bin ich auch so vier mal losgefahren ich glaube viereinhalb stunden waren es dann noch und dann weiß ich selber so ja stunde bis zu hause und dann kannst du mal so langsam anfangen mal so ein tröbchen zu bauen dann sind die wohl so alle relativ gut durch meine wir sind dann noch oben so ein paar elfer und ein zwölfer die dann vielleicht noch angriffe auf haben puste gucken puste gucken kommst du rein so viele angriffe über habe ich noch nicht gesehen zwei stunden vor schluss da ist mir dann schon also so innerlich geht mir das schon so ein bisschen die krempe hoch weil ich da gedacht habe was machen die worauf warten die denn auf besseres wetter es wird nicht besser es ist jetzt schon schön oder auf besseres wetter mit regen keine ahnung ich weiß nicht was manche geritten hat warum die uns schuldig bitte warum die so lange mit dem angriff warten ich meine neuner kann eigentlich gleichen ersten abend alles rausballern habe ich mit dem chefkoch auch gemacht mir blieb auch gar nichts anderes übrig ich habe gar nicht daran gedacht oh ich könnte ja mal zehner machen oder so genauso hätten das alle neuner machen können immer schön von unten nach oben nein da machen die einen angriff wenn überhaupt ein und dann warten die hier stunden lang wochen lang es ging ihr hört das so ein bisschen es ging mir echt ich habe mich wieder künstlich aufgeregt und zwar so künstlich dass ich eigentlich den clan eben hab dicht machen wollen ich habe echt gedacht scheiß auf die scheiße hier ich habe ich habe die schnauze ein bisschen voll muss ich sagen so alle zwei drei klaren kriege immer der gleiche blödsinn hier vor allem wenn er dann halt neue leute dabei hast ich weiß nicht ich vertraue jedem ich kann ja nicht hinter jede fassade gucken und diese regelung oder bisher neu du musst erst mal 20 probefeits machen und wenn du mich nicht drei hast dann kommst du nicht mit in krieg oder du musst erst mal warten bis das neu weg ist dass das mache ich alles nicht das finde ich alles teneff entweder vertraut man den leuten ich meine sie bewerben sich hier kommen mir in den klaren rein und sagen hey leute ich bin geil auf klaren krieg und kann ich erste frage gleich kann ich ca 11 spielen ja und so neuer muss ja leider sagen ist nicht mehr hier also vielleicht haben wir noch einen neuner unten dabei oder so weiß ich nicht oder zwei oder drei dann hoch motiviert und dann kommt alles dann kommt alles raus ehrlich naja ironie off war gar nicht so ich habe mich wirklich ein bisschen aufgeregt und ich wollte die bude hier echt echt dicht weil ich wollte ihm sagen leute geht alle raus oder macht ich habe glaube ich erst gesagt im ersten wurf habe ich wirklich gesagt macht die klaren spiele noch und dann ist gut und dann war es das auch erstmal mit dem klan hier ja war leider auch ein dip war leider auch ein dip aber ich kann euch den feld des monats in jedem fall nicht vorenthalten ich habe irgendwie gepennt bei meinem ersten angriff ich habe gepennt weiß ich habe vom tablet gesessen das tablet war auf dem ständer meinen zweiten angriff habe ich habe ich gemacht wo das tablet nicht auf dem ständer war vielleicht liegt es auch daran dass der tasten touch nicht so richtig funktioniert wenn das ding hier irgendwie so hängt so ein bisschen wabbelig ist wabbelig ist es gar nicht schon recht fest aber irgendwie ich war mir eigentlich sicher dass ich auf diese stelle auf diese bis drei sterne hole nehme mir auch noch machtrank hier beziehungsweise ein heldentrank und dem machtrank weiß ich gar nicht wofür aber ich glaube für irgendeine truppe war es oder für den zauber oder sowas weiß ich nicht mehr aber egal machtrank genommen zumindest für die helden meine sind auch 15 also mit zwanziger helden hier sonst schön angriff eigentlich mit ein paar motto was machst du denn hier mit ein paar loots in gepäck und queen relativ spät gesetzt so dass sie richtung gegnerische queen die macht sie auch hey das macht sie auch und einmal wut geworfen hier aber trotzdem kam da irgendwie ein bisschen viel feuer rein nämlich von dem kleinen bomben turm hier und dann ist das gewesen der hat mich nämlich eigentlich dahin gerafft ich hätte so ich hätte so fast zu müssen okay habe ich gedacht jetzt versucht noch irgendwie was zu retten also hier unten habe ich echt gepennt oder ich habe ja auch eigentlich so ein baby drachen dabei gehabt oder vielleicht ein zwei lag ist einfach im back end hätte vollkommen gereicht an der stelle denn der bogenschützenturm ich glaube das hat alles auf meine queen geschossen hier also muss sie jetzt rein in die base und musste diese klanburg rauslocken drachen drachen ist natürlich fürchterlich für luftruppen zumal ich den jetzt gerade so ja ich habe ein 6er einen 6er gift zauber in der klanburg kurze kurze schweige und gedenk minute so war das habt ihr gerade gesehen ich musste kurz überlegen tut du wie kannst du das hier so retten gerettet habe ich gar nichts aber immerhin sind schon mal meine lakaien hier auf den drachen gegangen das war jetzt erstmal erstmal nicht schlecht aber der da so ein bisschen darum gepustet jetzt dreht er sich auch noch um naja egal es ist ein gutes recht aber der level 6 gift zauber hatten dann doch dahin gerafft aber dann sind sie in der mitte fähiger und 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 ich wollte ja eigentlich viel viel mehr schaffen ich wollte ihnen das alles hier was ich gerade zu markieren das wollte ich eigentlich alles mit meiner queen schaffen damit meine loons hier so von hier hinten so ganz bei hände reinkommen können aber nee hat nicht geklappt ja also schöner fehl hier 37 prozent habe ich auch gedacht so ein fuk so ein scheiß hier mein zweiter der ich meine der gegner muss auch gesagt haben auf die 25 macht er so eine kacke hier und auf die 24 ich meine die base ist auch ziemlich stark 19 erhelden das wird in etwa das was ich habe max out rathaus 9 da macht er sowas hier ganz ganz klassisch warum mache ich nicht warum mache ich nicht alles klassisch nicht hier irgendwelche wilden wilden post teils oder weiß der geier nein wir machen das einfach classic ein golem hier zum tanken der kann ja ruhig drauf gehen hier steht egal sprung gesetzt bowler rein king geht ein bisschen rein mittig noch nicht ganz mittig aber immerhin macht ein paar defense gebäude noch kaputt queen geht jetzt aber hoffentlich mit rein ja ich glaube die ich glaube die queen ist wenigstens noch durch über den sprung gesprungen ich meine ich habe dafür hingelegt den teppich extra für die queen da ist darüber und damit hatte ich zumindest glaube ich zwei luftabwehren hier weg bekommen der feger nur noch in diese richtung hier und ja wie gesagt dann ist es eigentlich so ein bisschen klar ich mache euch das mal ein bisschen schneller dann ist eigentlich ein bisschen klar ich meine so klar war es jetzt auch nicht aber es war zumindest mal ein bisschen sicherer als der miss von vorher und dennoch glaube ich kann man diese classic armee so nenne ich sie mal immer noch ganz gut benutzen ist jetzt mal noch ein magerturm der macht jetzt noch mal ein bisschen böse aber auch hier außen clean up vergessen vier mal vier vier bogies die waren auch die waren mal wieder auch nicht nicht schlecht denn auf die letzte base auf die 25 von vorhin da waren auch vier base vier bauhütten in den ecken und da hat jemand mit hox angegriffen 99 prozent was meinte was es war ein time fail weil ein hock weniger vier bogies nur für die ecken tut sich ja keiner an warum auch tut sich keine an musste extra noch mal darauf hinweisen und ich habe aber heute noch noch viel schlimmere sachen in einem anderen clan erlebt da konnte ich eigentlich in den chat nur reintippen leute seid froh dass es jetzt die trainingsmission gibt geht da mal rein und übt mal ein bisschen von von oben an von rathaus 7 an und naja ja ich glaube das ist ich glaube das ist noch ein 10 auf 10 hier kann das sein skipper gegen zehn skipper gegen zehn habe ich zwar auch erst aufgeregt weil ich gesagt hat leute wir brauchen aus dem rathaus neuen bereich erstmal die sterne aber ist ja denn doch noch was geworden mal sehen wie er diese base hat natürlich keinen keine entferne hat keine entferne türme also geht da so ein bisschen die classic kombi hier mit spam truppen habe ich heute auch wieder benutzt zweimal sogar das zweimal das ganze riesen hexen bowler alles dahinter schöner fange obwohl hier auch nicht wirklich mal wieder die karre geschützt ist die riesen gehören eigentlich so ein bisschen davor also ich lasse immer gerne riesen erstmal ein bisschen vor rennen dahinter die hexen dann ein paar bowler und dahinter erst die karre damit die möglichst weit fertig meine sie musste eh nur bis in die mitte fahren weiter fertig einfach nicht weil das rathaus natürlich in der mitte steht sprung jetzt durch 1 2 3 4 abteile gesetzt das war natürlich super dass die hier noch mal richtig zu den eigentlichen flächenschaden vor allen dingen kamen hier hinten ist noch punktschaden das ist keine gefahr für die hexen also hier oben meine ich jetzt da wo ich jetzt gerade die kreise so ein bisschen markiere und gefährlicher war es eher hier unten aber das geht dann schon ganz muss durch als rathaus 10 34 30er kombi das ist in ordnung wäre noch nicht so lange rathaus 10 ist auch so wie ich mit zwei accounts der weiß dass das gut ist und auch ich bin damit 30er helden gestartet und komme eigentlich ganz gut ganz gut klar denn ich habe auch öfter mal oder oftmals solche gegen erst mal vor mir auch aber auch mit infernus auch da habe ich keine angst vor oder so aber dennoch knappes ding hier knapp ja eigentlich schade das ist so knapp man muss ich sagen echt schade markel hier auch noch mal mit dem dip rathaus 11 auf rathaus 10 wir mussten halt alle runtergehen ist einfach mal so dadurch wir wussten jetzt auch nicht wer macht denn viel wer macht vielleicht noch was ja vielleicht wird doch noch jemand wach und sagt oh scheiße ich habe verpennt oder oder misst meine mutter hat mir erst vor einer halben stunde wieder internet gegeben weiß der gar keine ahnung dann ist das ist natürlich ein bisschen blöd du weißt ja nie macht doch noch einer seinen angriff kann ich nicht doch noch ein bisschen höher gehen muss ich jetzt schon doch mein dip anfangen ich meine keiner keiner ist glücklich darüber wenn wir hier dippen ist so ja nach oben hin ja nach unten hin sicherlich für sicherlich für sterne aber das ist nicht das hauptziel hier so lange zu warten bis nichts mehr geht damit ich auch wenigstens ein dip machen kann um drei sterne zu holen bei einigen habe ich hier so das gefühl da dazu gehört miss markel jetzt nicht aber einige habe ich das gefühl die warten so lange bis wirklich oben so ein bisschen ich nenne es mal so über ihnen alles so nicht mehr machbar ist und die dann irgendwo ein dip anfangen anzufangen so kurz vor ende weil es natürlich sie können ja nicht mehr höher gehen ja darüber haben wir alle schon tot gemacht das haben wir ja jetzt nicht umsonst gemacht ihr wisst schon was ich meine manche habe ich das gefühl warten einfach nur darauf dass sie dippen können und deswegen verzögert sich so ein zk extrem nach hinten ja dass da plötzlich neuner immer noch nicht angegriffen haben zwei drei zehner eine stunde vor schluss kein angriff gemacht noch keinen angriff gemacht ihr hört ich mich ganz schön auf aber ich habe mich auch schon wieder abgeregt die meute hier ist jetzt in jedem fall wieder im klaren krieg da war war dennoch es war dennoch knapp aber trotzdem haben uns natürlich ags gefehlt ihr seht das hier der fußpilspirat hat schon das sinkende ski verlassen weil ich gesagt habe ich mache den laden zu hier steht auch in der klaren beschreibung erstmal kein klaren krieg ck und random hier ein angriff flussbarsch kein nikos kein da fehlen die angriffe hier ich meine das sind das sind zwei ratos zehner hier ja das und dafür mussten wir ja mit zehnern die neuner zu machen das hätten die auch machen können denn wir haben das mit den oberen hier gemacht und den totalen krieg ich auch bald raus okay das darf jetzt ein bisschen schwerfallen der ist lieder aber sei es um ich habe jetzt einige erstmal ausgelassen und es kristallisiert sich einfach raus hier steht jetzt auch erstmal klar krieg nie never ja ende im gelände hier erstmal ab die schnauze ein bisschen voll muss ich sagen klaren spiele können die leute erst noch machen aber ich habe dann eben doch noch mal ein angestartet denn der stammt dafür spielen finde ich und soll soll hier dann auch einfach weitermachen ich wollte ich habe mich ein bisschen nerven lassen von so neun und ich werde ich kann euch auch sagen ich werde ich werde ja auch weiter aussortieren denn wenn ich hier so einige sehe ich nicht mehr kein blatt vom mund der emre hier ist bestimmt ganz netter ja aber seitdem er hier drin ist hat er keinen einzigen stern hier geholt der ist hier noch drin der macht helden das ist kein thema ja der macht helden für die ckl vielleicht für die klarkriegsliga oder so keine ahnung aber den kann ich gar nicht einschätzen den kann ich gar nicht mitnehmen der hat hier noch nie was gemacht ein paar truppen hat er sicherlich schon gespendet das ist jetzt nur das nur ein beispiel soll auch nur ein beispiel bleiben ein paar truppen hat er schon gespendet hat noch gar keine receive das heißt er macht im moment auch gar nicht so viel jetzt so ohne heldenfarmen da oben geht sicherlich aber aber dennoch ich werde mir den einen oder anderen hier noch raus pickeln der hier vielleicht auf rot ist beide helden schon ewig hat und hier auf die ckl geiert also auf die klarkriegsliga denn hier wollen einige mit und kann ich auch verstehen wir werden ja nach unten in immer weniger neuner und nach oben mehr zehner elfer aber wenn ich dann hier so ein paar zehner auch sehe muss ich muss ich auch wirklich gestehen die kann ich die dann dann nehme ich lieber max 9er mit in die ckl das ist auch nichts gegen denjenigen zehner muss ich sagen ich glaube es ist das check bruno hier ich weiß gar nicht wieso der hier reingekommen ist keine ahnung level 96 mal das ist ein grauenhafter spender glaube ich der kann hier eigentlich kann eigentlich kann er hier alles gut machen was ein andere kleines vielleicht nicht konnte weiß ich nicht wenn er natürlich immer klar bis wurde sowas nie konntest aber leute level 96 das ist das ist jeder der von acht auf neun geht sage ich mal der ist ein bisschen auf dieser auf dem niveau hier die helden gehen ja jetzt sind ja gar nicht mal so schlecht aber trotzdem leute hocks auf vier wut auf fünf ist in ordnung der geht halt erstmal nicht höher aber aber ich ach doch der geht auf sechs entschuldig bitte ne der geht jetzt erst auf sechs ja so ist es aber heil zauber nicht gemacht eil zauber nicht gemacht leute was man 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 ich meine da ich ich nehme wirklich lieber max 9er mit als dass ich dann sonst so ein zehner mit schleppe denn da habe ich wirklich sorge dass der nicht mal neuner schafft naja egal ich war jetzt mal wieder eine folge bei den herausforderungen hat sich ja heute mal einer in den in den kommentaren nicht gewünscht hat gesagt bringt man mir herausforderer aber was soll ich denn zeigen hier wie die leute alle wie die fliegen hier sterben oder wie der klan so langsam zugrunde geht ich weiß dass er geschrieben hat er mag den gesunden mischmaß zwischen neun zehn elf zwölf ja das finde ich eigentlich auch recht proper aber du musst uns sicherlich beim kleinen spätzen mit so ist nicht als high end profis beschimpfen nein hat er gar nicht beschimpft aber ist auch nicht jedermanns sache aber ich denke mal auch so ein bisschen ohne ratus zwölf oder elf zwölfer angriffe wenn ich bei sms bin dann ist das halt da so und da mal ein bisschen was aufnehmen aber ich denke mal hier bleibt dass der gesunde truppen mix und ich schlafe jetzt noch mal eine nacht darüber weiß noch nicht was ich mit dem klan mache weil ich glaube es kristall ich denke mal die elf hier werden nicht überleben ich denke wir werden wieder so 32 33 werden und dann spielen wir die ckl hier wieder mit dem dreißiger mit dem dreißiger stamm denke ich mal das ist ich glaube das ist wirklich das beste also wer hier also noch mal toto kann ich ihnen ein clan ich lese es ja auch immer wieder in den kommentaren wie kommt ihr denn in clans leute wie oder wie kann ich ihnen klar kommen das ist die tollste frage bewerben ihr müsst euch einfach bewerben ich meine in unserer kleinen beschreibung steht nicht mal drin was was wir hier aufnehmen einfach nur was was man machen muss bei den spätzen mit so steht es ganz gerade drin da suchen wir rathaus elf ab helden level 45 wenn ihr das nicht habt dann braucht ihr euch nicht bewerben und wenn ihr dann auch noch jung seid dann braucht das erst recht nicht weil ihr befindet euch hier in zwei erwachsenen clans und damit kommt auch nicht jeder jugendliche klar ist einfach mal so die sind viel viel schnell schneller gereizt wenn ihr die mal irgendwo ein bisschen an die karre pist oder so dann rasten die gleich aus verlassen den clan spenden falsch und so nach kacke alles werden dann ausführlich in den chats das sind aber nur beispiele das passiert hier nicht also auch die die ein bisschen jünger sind sind eigentlich ganz in ordnung ich hoffe die folge hat euch trotzdem gefallen und war auch für euch in ordnung bis zur nächsten folge bleibt jetzt einfach sitzen und was machen noch was für morgen werdet daran sehen was es wird bis dahin oder tuto fest